Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Mausakobat und ich habe für euch heute ein kleines Informationsvideo und dazu dann noch ein sehr, sehr geiles Replay vom STB1 dabei. Es geht um oben an der Spitze. Ich bin vielleicht schon ein ganz klein bisschen spät. Seit dem 5. Mai ist der Panzer, den ihr hier im Hintergrund seht, der STB1 oben an der Spitze und der Rhinoceronte. Heute, vielleicht ganz kurz zwei, drei Worte zur Reihe vom Rhinoceronte. Ich rate davon dringend ab, die Reihe zu gehen, es sei denn, ihr habt wirklich nichts anderes mehr zu tun. Wir können ja mal ganz kurz zu den Italienern springen. Also der Rhinoceronte auf Stufe 10 ist wirklich ein Underachiever, Underperformer. Das ist ein Panzer, der derzeit in der Meta so mitschwimmt. Er hat seine Momente, ganz klar, weil Autoloader, aber alles in allem ist es halt eher verglichen mit den anderen Autolodern, namentlich genannt zum Beispiel der Kranwahn, eher ein schwacher Panzer. Wenn ihr die Reihe wirklich gehen wollt, dann ist der Sweetspot sicherlich der 9er, der Progetto 66. Der ist wirklich nice, performt relativ gut. Den Sprung zum 10er, die Credits, die Erfahrung könnt ihr euch in meinen Augen eigentlich derzeit sparen. Da gibt es das deutlich lukrativere Angebot und das ist nämlich der STB1, auf den ihr euch dann bei oben an der Spitze fokussieren solltet. Auch hier können wir mal ganz kurz in die Reihe reinspringen. Die geht beim Chino los, zum Chito. Die beiden Panzer, muss man sagen, überzeugen eher durch ihre Kanone. Panzerung haben sie nicht wirklich. Und dann geht es zum Chiri, STA1, Type 61 und STB1. Das womöglich größte Fragezeichen in der Reihe stellt dieser Panzer dar, der Chiri. Ich persönlich fahre ihn super gerne. Ich habe auch super viel Spaß gehabt beim 3 Marken, aber ich weiß, dass er überhaupt nicht in die Reihe passt. Er heißt ja auch noch Type 5 Chiri. Also so ein bisschen der kleine Bruder von dem Type 5 Heavy. Hat aber nichts mit ihm gemeinsam. Weder die Kanone noch die Panzerung. Also es ist ein Papiermedium mit einem irrsinnig großen Aufbau. Daher ein verhältnismäßig schlechter Tarnwert. Und dazu ist es auch noch ein Autoloader. Und zwar ein sehr, sehr schnell feuernder Autoloader. Ihr habt hier drei Schuss im Magazin A, 130 Schaden. Und das Magazin ladet ihr in 7,88 Sekunden auf. Also ist sehr speziell zu spielen. Er macht, wenn man das mal verstanden hat, Spaß. Passt aber, wie gesagt, eigentlich überhaupt nicht in die Reihe rein. Und ist, denke ich, für viele Leute eher eine Qual, weil er doch sehr, sehr anspruchsvoll und schwer zu spielen ist, um da mal das Momentum mitzunehmen. Trotzdem, wenn ihr damit so eure Momente habt, da kann man schon unglaublich geil mit diesem Autoloader die Schüsse rausprügeln. Ihr habt hier auch nur ein Intra-Clip-Reload von einer Sekunde. Das heißt, innerhalb nach Schussabgabe von zwei Sekunden habt ihr in den Gegner quasi 390 Schaden reingeballert. Das hat schon so ein bisschen ein Achterniveau, aber dafür muss man halt auch sicherstellen, dass man die Schüsse penetriert. Und man darf sich nicht so sehr in das gegnerische Feuer begeben, weil diese 1250 AP, die er hat, die sind auch recht schnell weg. Dann geht es weiter mit dem STA 1. So sieht der gute aus. Nicht zu verwechseln mit dem STA 2. Der sieht so aus. Das hier ist die Premium-Variante. Der STA 1 überzeugt schon durch 10 Grad Gun Depression eine relativ gute, brauchbare Sichtweite. Ich habe jetzt hier keine Crew drauf und komme trotzdem mit Optiken auf 447 Meter. Wenn man dann auch noch eine Crew mit Waffenbrüdern und den Sichtperks drauf hat, dann hat man hier gute Möglichkeiten für sich zu spotten. Die DPM ist auch nicht von schlechten Eltern. Ihr habt 219 Durchschlagskraft. Als Premium-Munition habt ihr die Heat mit 275 Millimeter Durchschlagskraft. Und wie gesagt, die Zielerfassung und die Genauigkeit sind eigentlich für die Stufe wirklich gut. Ich persönlich hatte sehr viel Spaß. Ich weiß, dass einige sagen, der STA 1 ist nicht wirklich gut. Ich persönlich finde aber, dass der Panzer auf gar keinen Fall übersprungen werden muss. Und so wie er quasi unterwegs ist, wenn er voll ausgebaut ist, dann kann man damit doch die ein oder andere geile Runde haben. Und in meinen Augen gibt es da viel, viel schlimmere Grinds. Ich muss sagen, ich bin ihn jetzt auch letztens nochmal wieder ein bisschen gefahren. Ehrlicherweise keine Probleme damit gehabt. Performt so ein bisschen wie ein Indian-Panzer, würde ich sagen. Und ja, ist dann quasi der Achter, der Erste, der sich schon so ein bisschen anfühlt. Aber die Spezialfähigkeit, den Siege-Modus hat dann erst der STB 1. Es geht weiter mit dem Type 61. Der sieht dann so aus, wenn er voll ausgebaut ist. Ihr habt hier 360 Schaden, also keine 390, sondern 360 Schaden. 258 Millimeter mittlere Durchschlagskraft und auf der Premium-Munition 330. Das ist schon die 10er-Kanone. Also da machen wir uns nichts vor. Die DPM für einen 9er ist auch gut. Ihr habt auch hier 10 Grad Gundy-Pression, nur ihr habt eine wahnsinnig große Kommandantenkuppel. Das heißt, es macht jetzt nicht wirklich Sinn, ganz vorne in der ersten Linie zu stehen und quasi den Schaden zu tanken. Die Zielerfassung ist gut. 1,89 Sekunden jetzt hier mit meinem Crew-Setup und 0,34 Genauigkeit ist jetzt nicht wirklich überragend. Aber verrichtet seine Dienste. Und wie gesagt, das Schöne ist, ihr habt hier auf dem 9er schon die 10er-Kanone. Kennt man ja sonst auch gerne anders, zum Beispiel beim T-54, ist immer so mein Lieblingsbeispiel. Der hat eine extrem schwache Kanone für den Tier-9-Bereich. Der hier kommt, wie gesagt, schon mit 258 Standard daher. Und alles ehrlicherweise noch ein bisschen im Low-Level. Aber wie gesagt, finde ich auch einen angenehmen Grind, gerade auf Tier-9. Da könnt ihr mit dem Panzer wirklich sehr gut mithalten. Er hat halt aber, wie gesagt, noch nicht den Spezial-Modus, und zwar den Siege-Modus. Ihr habt hier 14 Grad Gun-Depression mit aktiviertem Siege-Modus. Ohne den Siege-Modus habt ihr 8 Grad Gun-Depression. Und dieser Siege-Modus, anders als zum Beispiel beim Stritzwand, der aktiviert sich automatisch. Wer vielleicht schon den U des 15, 16 in der Garage hat, der kennt das Ganze schon. Also der Siege-Modus aktiviert sich automatisch bei Unterschreiten von 20 kmh. Gucken wir uns auch gleich dann im Replay an, was ich euch mitgebracht habe. Das ist nicht mein Replay, sondern das ist ein Replay gespielt von Call Me Piotr. Und der hat da wirklich eine exzellente Runde. Wo man aber vielleicht auch so ein bisschen die Inkompetenz der Gegner noch mal so ein bisschen mit unterstreichen kann. Also wie gesagt, das gucken wir uns gleich an. Vorher will ich noch einmal ganz kurz den Panzer in den Vergleich hauen. Mit dem U des 15, 16 natürlich. Und mit dem Leopard 1, weil für mich persönlich sind STB 1 und Leopard 1 die derzeit stärksten 10er Mediums, die ihr im Spiel fahren könnt. Sie unterscheiden sich natürlich in ihrer Spielweise extrem. Aber wie gesagt, wir wollen mal angucken, wo denn da so die Unterschiede liegen, wo aber auch Parallelen liegen. Als allererstes nochmal eine kleine Übersicht. Hier ist sortiert nach DPM, also Schaden pro Minute der 10er Mediums. Das Objekt 430B, das gibt es so nicht mehr, gab es früher. Das war quasi der Vorgänger vom Objekt 430U. Ist ja dann runtergestuft worden auf Stufe 9, hat eine gänzlich andere Kanone bekommen. Lirum Larum. Also diesen Panzer gibt es nicht mehr. K91 ist derzeit eigentlich der Panzer, der die höchste DPM hat. Aber wir sehen auch schon, Entschuldigung, dicht gefolgt vom STB 1. Und anders als der K91 ist der STB 1 halt auch wirklich spielbar. Hat mehr Gun Depression, voll drehbaren Turm. Und auch alles andere ist beim STB 1 definitiv angenehmer zu spielen als beim K91. Kommen wir jetzt mal ganz kurz zu dem Vergleich, den ich hier vorbereitet habe. UDES 1516, Leopard 1. Der UDES 1516 ist ja auch ein Medium mit einem Siege-Modus. Der hat 13 Grad Gun Depression, also einen Grad weniger. Dafür kann man sagen, einen härteren Turm bei genutzten Siege-Modus. 3.173 DPM sehen wir hier. Also mehr als beim UDES und auch mehr als beim Leopard 1. Dafür hat er 258 Durchschlag. 330 Heat, haben wir ja gerade schon beim Type 61 gesehen. Der Leopard 1 hat halt zwei APCA-Sorten mit 278 Standard-Pen. Also schon 20 Millimeter mehr als der STB 1. Und der UDES 1516, der hat auch Standard-Munition und als Premium-Munition die Heat. Mit 254 Durchschlag, also ein bisschen weniger. Kommen wir nochmal ganz kurz hier vielleicht zur Shell-Velocity. Das ist vielleicht noch interessant. STB 1 mit der AP 1185, UDES 1516.000 und der Leopard, beste Sniper-Kanone, 1480 Meter Shell-Velocity auf der Standard-APCR. Die Einziehzeit beim STB 1 ist wirklich gut. 1,92 Sekunden und 0,35 Genauigkeit. Es ist ein bisschen ungenau für Stufe 10, aber die Einsatzbereiche unterscheiden sich auch gänzlich zum Leopard 1 zum Beispiel. UDES 1516 und STB 1 sind Panzer, die auf mittlere Kampfentfernung ihren größten Gefechtswert entfalten. Das heißt, ihr wollt versuchen, irgendwo an die Hügelkuppe ranzukommen und die Distanz zum Gegner eigentlich im besten Falle unter 300 Meter ausfallen zu lassen. Der Leopard hingegen entfaltet eigentlich sein volles Momentum, wenn er über 300 Meter fightet. Hat eine sehr, sehr schnelle Einzielzeit, hat auch eine extrem genaue Kanone. Das muss man immer wieder sagen. Ich habe ja gestern erst wieder auf meinem Free-to-Play-Account eine 8000er-Runde mit dem Leopard gefahren. Also der ist schon wirklich ultra krass und die Kanone lässt einen eigentlich selten im Stich. Beim STB 1 genau das Gegenteil. Ihr fahrt nicht dran an den Gegner, schießt trotzdem daneben. Also diese 0,35 Genauigkeit, die können einen manchmal schon ein bisschen abfacken, sage ich euch, wie es ist. Aber dadurch, dass ihr so eine krasse DPM habt und selbst Stock nur 6,8 Sekunden nachladet, ist es halt irgendwie zu verschmerzen, weil ihr halt ruckzuck den nächsten Schuss wieder drin habt. Und wenn ihr dann den Panzer auch noch mit Feldmodifikationen ausstattet und dann vielleicht auch noch mit Bond-Equipment, dann könnt ihr diese Reload-Zeit schon erheblich nochmal reduzieren. Über die Gund-Depression haben wir ja schon gesprochen. Ohne Siege-Modus 8 Grad, mit Siege-Modus 14 Grad. Also der bockt sich dann schön auf und kommt dann auf 14 Grad Gund-Depression. Geschwindigkeit 50 kmh, UDES 50 kmh. Also die sind da recht ähnlich. Der stärkere von beiden, würde ich sagen, ist der STB 1. Auf der anderen Seite hat der UDES natürlich auch Argumente für sich. Wie gesagt, den härteren Turm bei genutztem Siege-Modus. Und ihr habt 440 Alpha. Also gerade für die Leute, die da so ein bisschen auf einem geilen Punch stehen, ist der UDES sicherlich eine gute Wahl. Der Leopard ist natürlich hier mit Abstand der mobilste. Ist so mobil wie der CS 63 mit dem Turbo-Modus, ohne dass der Leopard 1 den Turbo-Modus braucht. 70 kmh und die liegen auch recht zügig an bei 830 PS und einem Gewicht von 40 Tonnen. Hat er hier eine Power-to-Weight-Ratio von 20,75, also Leistungsgewicht. Das ist aber nicht ganz so gut wie zum Beispiel beim STB 1. Der STB 1 hat zwar nicht diese Höchstgeschwindigkeit, kommt aber doch verhältnismäßig extrem gut aus dem Quark. Mit den 950 PS bei 37 Tonnen haben wir hier ein Leistungsgewicht von 25,4. Das ist beides deutlich besser als beim UDES. Der UDES fühlt sich gerade in dem Anfahren sehr, sehr schwerfällig an. Wohingegen der STB 1 eine sehr, sehr geile Wendegeschwindigkeit hat und guten Antritt. Also kommt auch dann zügig aus dem Quark und hat auch noch 25 kmh Rückwärtsgeschwindigkeit. Also der STB 1, auch wenn er limitiert ist mit der Top-Geschwindigkeit, sehr mobil. Dafür muss man sagen, was ihn wieder so ein bisschen zurückhält. Da liegen die anderen beiden wieder vorne. Das ist der Terrain Resistance Wert, also die Widerstandswerte auf den jeweiligen Untergründen. Da sind Leopard 1 und UDES vorne. Panzerung brauchen wir uns jetzt eigentlich nicht groß mit beschäftigen. Könnt ihr euch gerne hier auf der Seite TanksGG nochmal angucken. Den größtmöglichen Panzerungswert, den erhaltet ihr beim STB auf jeden Fall, wenn ihr den Siege-Modus nutzt. Vielleicht ein ganz kurzer Punkt. Die seitliche Panzerung. Die ist relativ schwach und ihr seht es hier, die Wannenpanzerung an der Seite 35 mm. Das heißt, ihr kommt zügigst in den Bereich, wo die Gegner mit ihrem Kaliber euch overmatchen. Dafür braucht man, wenn man das hier sich anguckt, die Dreierregel. Also man braucht dreimal 35. Bedeutet, wir sind jetzt hier bei 105 mm. Alles, was da drüber ist, 120 mm Kanone, 122 mm Kanone, 130 mm und so weiter und so weiter. Overmatcht euch an der Seite. Das heißt, Sidescrapen etc. Auf gar keinen Fall empfehlenswert. Es sei denn, ihr habt keine andere Wahl. Ansonsten wollt ihr immer wirklich Highdown vor dem Gegner stehen. Und im besten Falle die vollen 14 Grad Gundy Pression ausnutzen. Also das hier wichtig zu wissen. Das gleiche gilt auch für den Leopard. Aber der Leopard hat ja auch eine natürliche Distanz eigentlich immer zum Gegner. Mit dem SCB müsst ihr näher ran. Aber das solltet ihr wissen. Wie gesagt, diese 35 mm Seitenpanzerung, da werdet ihr ruckzuck overmatcht. Ja, 2000 HP, auch das ein gutes Indiz dafür. Die HP-Zahl immer so ein bisschen, je nachdem Verwendungszweck. Je dichter ihr an den Gegner ran müsst bei den Mediums, umso höher ist meistens auch die HP. Und je weiter ihr wegfaltet, umso niedriger ist die HP. Und dann haben wir natürlich noch die Autoloader, die haben in der Regel auch ein bisschen niedrigere HP. Die Basissichtweite 400 Meter kommt natürlich nicht ran an den Leopard, an den Centurion oder an den M48 Petten. Aber immerhin noch 10 Meter besser als der UDES. Und ihr könnt für euch selber eigentlich hervorragend spotten. Was halt noch zu erwähnen ist, die 12% Chance auf Verfeuer. Also der Panzer wird ganz gerne angezündet. Ja, das ist der Vergleich. Ich denke, wir haben für beide Spezialisierungen eigentlich hier die Nonplusultra-Meta-Mediums. Der Leopard, wie gesagt, der mobile Sniper auf größere Entfernung, dann aber auch im Late Game durch die Mobilität einfach in der Lage, noch sich gut zu verlegen und dann quasi Schaden abzuschmatzen in der Abschmatzphase. Der STB1 ist halt eher ein Panzer, der von Anfang an sehr aggressiv an den Gegner rangefahren wird und dann auf mittlere bis kurze Kampfentfernung mit der DPM und der Gandhi-Pression zusammen sein volles Potenzial entfaltet. Wie gesagt, ich bleibe dabei. Das sind in meinen Augen derzeit die beiden stärksten 10er-Mediums. Der Allrounder Objekt 140, der ist irgendwo ein bisschen dahinter, ist auch ein sehr, sehr krasser 10er-Medium. Aber diese beiden hier, die teilen sich so ein bisschen derzeit den Thron. Und damit ihr wisst, wovon ich rede, schauen wir uns jetzt mal ein Replay an. Nicht von mir selber gespielt, das kriege ich so nicht hin, beziehungsweise habe ich in der letzten Zeit nicht so hingekriegt. Aber der Colmi-Piotre, ehemals Fame, mittlerweile bei Inville, der zeigt uns jetzt einfach mal, wie man den STB1 spielt. Ja, er ist zusammen mit sich selbst im Platoon. Ne, nicht verwundern. Wir haben hier einmal Colmi-Piotre und einmal Colmi-Plotre. Also im 50B und er selber natürlich im STB1. Dritte Gunmark ist noch nicht dabei. Ich denke mal, dass er hier auf jeden Fall mit dem Setup auf dem Weg dazu war. Ja, wir haben es jetzt gerade gesehen. Verbessertes, komplett verbessertes Bond-Equipment auf dem Panzer drauf. 18x AP, 30x Heat. Ich denke, das ist auch ein probates Mittel. Das ist halt auch so ein bisschen der Unterschied zum Leopard 1, wobei viele der Top-Spieler natürlich den Leopard 1 auch komplett mit Premium-RPZ spielen. Warum? Weil sie einfach in allen Belangen besser ist. Und bei zweimal der gleichen Munition ist das, denke ich, auch kein Wunder. Hier ist es ehrlicherweise so, dass ich auch den STB1 mit mehr Heat fahre. Das liegt einfach daran, wir haben es gerade angesprochen, ihr wollt halt möglichst dichter an die Gegner. Und in vielen Fällen habt ihr dann auch ziemlich dicke Panzerung, weil je dichter ihr an den Panzern dran seid, umso weniger flexibel könnt ihr eigentlich flankieren. Und umso dicker gepanzert sind meistens auch die Gegner, gegen die ihr fightet. Der Standard B ist jetzt hier auf den Hügel gefahren. Er hat gar nicht versucht, auf ihn zu schießen. Und der Standard B mit einem Ultra-Gamer-Move pusht ihn jetzt hier. Er ist nachgeladen, drückt ihm ein, drückt ihm zwei, zieht ihm das Amorak und drückt ihm noch den dritten. Glücklicherweise nicht nochmal das Amorak gezogen. Wir sehen auch hier, dass Colmi Piotr die ersten beiden Schüsse auf den Standard B gar nicht in der Schützenansicht gemacht hat, sondern Third Person und schießt jetzt auch wieder hier Third Person, um sich vermeintlich besser umschauen zu können. Also der Standard B, keine Ahnung, was das für ein Gamer-Move war. Ich spreche ja in dem Fall meistens immer von den Hardcore-Battle-Pass-Grindern. Autoloader reingesetzt, Dreischuss mitgenommen, Dreischuss gemacht, muss man ja immerhin sagen. Also hat der Standard B hier knappe 1000 Schaden gemacht. Zack, nächste Runde, damit man auch mit dem Battle-Pass noch bis zum 30. Mai fertig wird. Also die sogenannten Power-Grinder. Colmi Piotr gehört da nicht zu. Ich denke, er macht hier Power-Grinden auf Gernmark und hat jetzt hier die gespottete Grille beschossen und versucht sich jetzt hier quasi an die Heavies ran zu sneaken. Und das ist natürlich eine Position, in die man reinkommen möchte, um jetzt hier den gnadenlosen Farm zu machen. Er hat jetzt zwar schon die Hälfte seiner HP verloren, aber auch schon 2800 Schaden auf der Uhr. Und wenn dann natürlich auch noch die Heavies so monumental aggressiv hier durchpushen, wie zum Beispiel die Maus, der E75, dann muss man sich natürlich ein paar Sorgen machen, weil Backup hat er hier nicht. Das 279 auch selber seinerseits viel, viel zu aggressiv da nach vorne gekracht. Wird er gerade von der internationalen Jodel-Convention weggemacht und ist jetzt quasi auch schon Geschichte. Also so schnell kann man dann auch ein 279 plattfahren, wenn man es denn drauf anlegt. Die Maus hat auch gezeigt, wie man in Windeseile seine 3000 HP, die einem Wargaming hier schenkt, wegschmeißen kann. Und er, hier Call Me Piotre, ist wie gesagt in einer Position, die bis jetzt auf jeden Fall noch super schmeckt, weil man hier eigentlich nonstop Gebrauch machen kann von der DPM des STB1. Aber wir sehen auch, dass natürlich RNG immer ein Faktor ist und der ST2 steht da ein bisschen ekelhaft. Und jetzt, an der Stelle, als ich das Replay das erste Mal gesehen habe, dachte ich eigentlich, das muss es jetzt sein. Da pusht ein E75 hoch, dahinter ein E100, Progetto, was da nicht so alles noch kommt. Der Progetto auch extrem gut, kriegt jetzt erstmal einen Volltreffer von der Arty, schießt randommäßig daneben. Also keine Ahnung, es sah mir schon sehr nach Paid Actor aus, muss man sagen. Also so weit daneben kann man eigentlich gar nicht schießen. Keine Ahnung, was das war, ob das jetzt hier ein finsteres Leck war, ich weiß es nicht. Das hätte es jetzt hier eigentlich, muss man fairerweise sein, für Call Me Piotre sein müssen. Also Ende, End of Journey. Aber zu diesem Zeitpunkt hat er ja schon grob 6000 Schaden gefarmt. Durch die Inkompetenz der Gegner, auch das gehört natürlich immer zu einer monströsen Runde dazu, darf er jetzt hier weiterfarmen. Der E100 sagt, nein, du darfst nicht weiterfahren. Und der E75 schießt daneben. Also mehr Glück geht eigentlich schon nicht. Ich würde sagen, auch wenn das bis hierhin natürlich sehr aggressiv und gut gespielt war, spätestens nachdem da E75 und E100 hochgekommen sind, hätte es das jetzt hier aber wirklich sein sollen. Und ich glaube auch Call Me Piotre denkt sich hier so, oh komm, scheiße, ich nehme nochmal die Grille mit, ich nehme nochmal den GWE mit, gleich werde ich eh vom Kranwahn und vom E100 gepusht. Und das wäre auch so mein Ansatz gewesen. Zumindest noch die Klicker-Ratte mitgenommen und den TD. Und ich glaube, er kann jetzt selber seinem Glück gar nicht so richtig greifen. Der E75 ist nicht weitergefahren. Der Kranwahn ist einfach wieder runtergefahren. Da hat sich gedacht, okay, da kümmert sich schon jemand anders drum. Ich dachte, dass du dachtest, dass wir dachten oder nimm du ihn, ich habe ihn sicher. Solche Geschichten sind hier abgelaufen. E100 auch noch Full-AP da. Und Call Me Piotre ist jetzt schon bei kombiniert 10.000 Schaden, 7.964 auf der Uhr. Und wie gesagt, das ist im Prinzip Paradebeispiel, selbst mit dem Lackfaktor mal abgezogen, wie man den STB1 spielen sollte und vor allem, wo man ihn spielen sollte. Ja, wir haben jetzt hier eigentlich keine Situation gesehen, außer die paar Schüsse auf die Grille, die so nebenbei liefen. Aber ihr wollt euch in eine im besten Falle erhabene Position, also eine erhöhte Position bringen, wo ihr quasi eure Garn-Depression ausnutzen könnt. Auch keine Ahnung, was hier mit dem E100 nicht stimmt. Er hat auch gar keine Anstalten, jetzt hier irgendwie den STB1 loszuwerden. Jetzt kommt auch noch der 50B, sein Platoon-Mate dazu. Und jetzt wird hier der E100 in Windeseile abgefarmt. Also, ihr seht auch, was diese DPM dann auch anrichten kann. Und ihr seht vor allem auch, das habt ihr jetzt schon bei mehreren Schüssen gesehen, RNG ist halt bei 0,35 Basisgenauigkeit definitiv ein Faktor. Es werden Schüsse daneben fliegen, egal was ihr für ein krasser Aimer und Gamer seid. Also, das wird euch immer wieder passieren. Aber diese mega kranke DPM sorgt halt dafür, dass selbst, wenn ihr mal ein, zwei Schüsse verdonkt habt, es eigentlich gar nicht so sehr ins Gewicht fällt, weil ihr fast nonstop wie so ein Dauerautoloader, Schafo-Tour-Fahrer lieben diesen Film, wie so ein Dauerautoloader einfach nonstop feuern könnt. Er hat jetzt hier schon ewig viele Schüsse daneben gehauen und das spielt trotzdem keine Rolle. Alle 10.000 Schaden sind jetzt geknackt und wie gesagt, klar gehört da natürlich immer massive Inkompetenz dazu. Auf beiden Seiten reichlich vorhanden, sowohl da vorne beim 279, was ja so ein bisschen off guard erwischt worden ist, als auch bei den ganzen Heavys, die ja versucht haben hochzufahren, ihn dann zu pushen. Dann der Kranwahn, der dann einfach aufgehört hat mitzupuschen, der E100, der sich auch nicht mehr dafür interessiert hat. Aber wie gesagt, zu diesem Zeitpunkt waren wir ja schon bei 6.000 Schaden und die aggressive Position hat sich jetzt hier unterm Strich für ihn ausgezahlt. Und ich möchte nochmal darauf verweisen, wenn ihr euch den SCB1 in die Garage stellen solltet, Es ist mitnichten ein Leopard, sondern es ist eine eigenständige Klasse. Und zwar müsst ihr versuchen, euch immer wieder in Position zu bringen, wo ihr auf kürzeste und mittlere Entfernung euren Schaden anbringt, eure DPM im Prinzip sprechen lasst. Und jetzt hier war es vielleicht dann ein Stück zu gierig. Der SCB1 ist jetzt raus, aber wir haben es gesehen, über 11.000 Schaden in gerade mal 8 Minuten. Das ist schon mal eine Ansage. Und wie gesagt, ich denke, wir haben hier alles gesehen, was der Panzer kann, was er nicht kann. Und vor allem auch, wie man den Panzer positionieren sollte und was so die optimale Kampfentfernung ist. Also zu dem Zeitpunkt, wo er hier oben stand und quasi hier runter gefaltet hat auf 150 bis 200 Meter. Das sind die Situationen, die ihr auf den Karten suchen solltet. Und dann ist dieser SCB1 einfach ganz, ganz schwer zu stoppen mit dieser massiv kranken DPM. Ja, gucken wir nochmal auf die Postgame-Stats. Na klar, Panzer Ass. Wir haben Großkaliber gemacht, beziehungsweise wir. Colmy Piotr hat Großkaliber gemacht und die Top Gun für die sieben Kills. 2.000 Unterstützungsschaden, 11.210 Schaden, also über 13.000 kombinierter Damage. Da kann es eigentlich nicht mehr so lange dauern, bis die dritte Gunmark dann da ist. 1.674 Basis-XP wäre nur noch zu toppen gewesen, wenn quasi die Neuner auch Zehner gewesen wären. Und ja, ich bleibe dabei, es war dann ziemlich, ziemlich lucky, dass er da quasi bei fünf Panzern, die den Berg hochgepusht sind und alle noch Full-AP waren, das überlebt hat. Ich glaube, das hat er auch nicht so ganz kommen sehen und hat spätestens, als ihn der E100 dann eine reingedrückt hat, denke ich gesagt, okay, ich versuche hier nur noch Ergebniskosmetik zu betreiben, noch schnell die AT und die Grille mit rausgenommen. Und trotzdem ist es dann ja ein Anlass gekommen und er durfte einfach nochmal weiterfarmen. Gucken wir auf den detaillierten Report. 43 Mal geschossen, 41 Mal getroffen und 34 Mal penetriert. Also, die Heat kennt ihre Grenzen und vor allem auch die Genauigkeit, wenn man dann versucht, auf so eine Kommandantengruppe zu aimen, auf 200 Meter, selbst da haut die Kanone ganz gerne noch daneben. Und auch hier, seht ihr das, 1550 Schaden über 300 Meter, das waren die ATI und die Grille. Alles andere ist unter 300 Meter abgelaufen, so wie das mit dem STB-1 sein sollte. Er hat jetzt hier noch durch die Credit Booster und persönlichen Missionen sogar noch Plus gemacht, obwohl hier quasi 152.000 Miese für die Munition, also Heat ist teuer. Aber wenn ihr natürlich in so einem Clan wie Inville etc. seid, wo eigentlich, denke ich, nonstop Credit Booster läuft und ihr dann auch noch eure persönlichen Credit Booster anhabt, dann kann man sich das eigentlich auch ohne Probleme leisten, wie ihr hier sehen könnt. Und 7 Minuten 32 hat die Runde gedauert. Ja, ich hoffe, dass ihr einen groben Eindruck von der Reihe bekommen habt, dass ihr vor allem gesehen habt, das Ziel der STB-1 definitiv lohnenswert. Und beim Rino zur Ronte, da sage ich, wenn ihr die Reihe angehen wollt, dann macht euch selbst oder tut euch selbst einen Gefallen, geht maximal bis zum Neuner. Der Rino, so wie er derzeit im Spiel ist, lohnt sich nicht wirklich. Es sei denn, ihr habt echt nichts anderes mehr zu grinden, dann könnt ihr das natürlich machen. Aber wenn ihr euch entscheiden müsst, dann geht ganz klar für den STB-1. Das ist nämlich eine absolute Rampensau. In dem Sinne, falls es euch gefallen hat, würde ich mich riesig über ein Like freuen und ich freue mich nach wie vor riesig über jeden neuen Abonnenten, der den Weg zu meinem Kanal findet. Bis zum nächsten Mal, haut rein!